Das ist heute der Aktionstag der Sparkasse Bremen. Wir für Bremen. Das Besondere an diesem Tag ist, dass wir als Mitarbeiter der Sparkasse Bremen einen ganzen Tag lang unsere normale Arbeit niederlegen, das heißt unsere Schreibtische verlassen und einen Tag lang in gemeinnützigen Einrichtungen unterwegs sind. Wir haben hier heute einen Tag lang den Sportplatz in Alt-Aasten, praktisch die Laufbahn, die Rotasche Bahn, auf Vordermann gebracht. Die Pflegegelder sind nicht ausreichend, die die Stadt zur Verfügung stellt. Insofern freuen wir uns besonders, dass wir Unterstützung der Sparkasse haben, um diese Anlage wieder auf Vordermann zu bringen. Hier ist jede Menge zu tun. Der Sportplatz wird nicht mehr ganz so häufig genutzt, aber gerade die Laufbahn wird für den aktiven Mitgliedern des Alt-Aasten regelmäßig genutzt und wir haben hier praktisch Unkraut gejätet, die Bahn noch mal neu ausgestochen. Ich finde das ganz hervorragend. Die Sparkasse hat seit vielen Jahren guter Partner des organisierten Sports und wir nutzen sehr gerne diese Unterstützung und finden das ganz, ganz vorbildlich und toll.